Hallo, ich bin Dina Kudusovic. Ich bin bald zwölf Jahre alt. Ich gehe in die fünfte Klasse und ich liebe zu singen. Ich bin in Slowenien geboren und ich habe letztes Jahr hier gekommen. Und mein Vater hat seine Arbeit gefunden und deswegen hatten wir auch hier gekommen. Ich will eine Sänkerin sein, aber ich will auch eine Spielerin sein zu Ihnen. So in einer Fehlmutter. Heute ist ein Stallendshow. Ah, au! Tschüss. Ich habe eine kleine Schwester, Rinaja. Sie ist fünf Jahre alt jetzt und ich liebe sie. Sie ist so süß und ich bin froh, dass ich sie habe. Ich habe sie nicht mitgenommen, weil sie würde vielleicht auch sehr laut sein und es würde sie langweilig sein. Das will ich nicht. Wenn ich im Kindergarten war, mit fünf Jahren, habe ich angefangen zu singen, so ein bisschen mit Text. Wenn ich singe, dann fühle ich so eine positive Energie und es macht so Spass. Wenn ich nicht weiterkomme, dann singe ich auch. Niemand stoppt mich. Niemand. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Vielen Dank.